Musik Sag mal, was machen eigentlich die Trills? Hast du wirklich schnell einen Lauf? Hm? Wie läuft es denn? Und wann hast du dich zuletzt um Musikdeo gekümmert? Ach ja? Und du wolltest doch auch Spielübungen machen? Hm? Gib Blues doch noch ne Chance! Und überhaupt solltest du viel, viel mehr üben! Und wann da nicht auch was willst? Improvisieren? Ach ja, und von Tyronik war doch da auch noch was, oder? Sag mal, willst du nicht, weil ich noch mal Zeit für ne Band? Hm? Hast du nicht neulich auch wieder mit meinen Zagen angefangen? Wie weit bist du denn damit? Hm? Na, du wusstest jetzt. Du tust ja immer noch nix! Und was ist eigentlich mit der Einsamung von Michael? Muss viel, viel, viel mehr! Hast du eigentlich schon? Mensch, so wird das nie gewachsen. Wirklich nicht. Aaaaaah! Bleibt trockig! Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like, ringt die Bell und schickt uns eure Videos. Infos dazu findet ihr in unserer Kanal-Info. Und jetzt übel, 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 übel! Und mit Filmen nicht vergessen!